hallo und herzlich willkommen meine blogfreunde ich bin der Hockey von art&games tv und wir spielen minecraft bzw wir spielen fang die spinne auf den kopf fallen geht mal gar nicht so von hübschen hut auf bisschen putzelig von der tür weg ich glaube ich gehe erst mal hier da irgendwie da hat ja noch gar nichts das ist zuckerrohr wächst das ist schon mal gut das ist alles noch rot das ist gut es ist alles noch nicht reif es ist komisch haben wir eigentlich noch sieht warte mal wir können hier kühl vermehrt euch spielen und zwar haben wir nein haben wir nicht dabei also liegt in irgendeiner kiste und zwar nicht in der und der auch nicht da liegt nein nein da liegt es auch nicht da liegt es ja wunderbar das ist schön das ist schön das ist toll ja und so ganz nebenbei wir haben wieder ein schönes neues thema und zwar der paddouts entertainment frickt was hältst du von der anonymität im netz und die dadurch resultierenden beleidigungen und etc und blablub also haben die deutschen sozusagen einfach ihren anstand verloren oder war das einfach schon immer so so das ist sozusagen unser thema und das ist ein sehr umfangreiches thema eigentlich beziehungsweise ein thema über das man auch länger quatschen kann deswegen kann es gut sein dass wir das einfach auch mal über zwei folgen oder so hinziehen werden und zwar ihr das ja garantiert alle schon mitgekriegt wenn ihr im internet unterwegs seid die ganzen kommentare von wegen was bist du für ein lappen und lauter so zeug so dieses mobbing einfach also das ist ja noch harmlos weil das wird teilweise noch viel viel schlimmer betrieben ja es ist ja diese internet anonymität ja die kann man einfach nicht soll ich sagen ja die die ist einfach dadurch gegeben dass man sich einfach beliebig irgendwelche accounts erstellen kann die eigentlich gar nicht auf die eigentliche person zutreffen müssen das heißt ich kann mir als heinz heinz keks sozusagen account machen der eigentlich gar nicht mit mir zu tun hat sondern vielleicht eher mit franz josef oder so und dann wird da natürlich im namen des franz josef sozusagen einfach irgendwo irgendeiner gemobbt oder gehatet und hier damit richtig die sau raus gelassen sozusagen weil keiner weiß ja wer es ist weil diese person die gibt es natürlich nicht und da kann man einfach hingehen sagen du arschloch du bist scheiße und geh nach hause und gehen dann kellerloch und ja und lauter so ein scheiß also das ist wirklich noch harmlos eigentlich was da abläuft ähm ich finde sowas eigentlich absolut scheiße ich meine gut man muss es teilweise ja nicht beachten allerdings wird es dann aufgrund der aufdringlichkeit mancher leute echt schwer solche sachen nicht zu beachten und da sollte man sich doch mal überlegen ähm hallo ist das wirklich richtig was du da tust oder ähm ja was geht in denen ihren kopf vor das verstehe ich nicht und was den anstand der leute betrifft da würde ich ganz klipp und klar sagen das hat rein gar nichts mit der anonymität zu tun weil das war glaube ich schon immer so die einen lassen es öffentlich raus die anderen sind einfach zu feige um es die einem direkt ins gesicht zu sagen und dadurch vereinfacht das für solche leute glaube ich einfach nur also dass manche leute einfach nicht mehr ganz sauber im kopf sind das wissen wir ja alle das kann man nicht umgehen das ist nun mal so oh 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 hallo nein das hallo hm habe ich schon mal erwähnt dass ich treibsand hasse und warum steht er da mitten im wald also da wäre ja moor oder sowas eher angebracht so moor ja was sagt ihr eigentlich dazu zu dem thema mobbing und so im internet ist euch sowas selbst schon mal passiert oder so dass ihr einfach von irgendjemand einfach über internet oder so gemobbt wurde und ihr ihr wusstet ein vielleicht erst mal gar nicht von wem es kommt oder ihr wisst es ganz genau aber ihr könnt ihn nicht an den kragen weil ja weil euch halt da irgendwas daran hindert oder so das würde mich auch mal interessieren wie es euch da zum beispiel schon ergangen ist was ihr da für situationen habt oder gehabt hattet mir persönlich ist das noch nicht untergekommen meistens waren die leute manns genug und haben es mir ins gesicht gesagt und ja also ich mal ich finde man sollte über über sowas sollte man schon mal reden und auch wenn einem das selbst mal also wenn einem das selbst passiert sag ich mal muss man wirklich schauen ob es ja ob 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 dieses gehate geflame gemobbe ob das wirklich so richtig ernst gemeint ist oder ob das einfach bloß so dahingesagt ist und so da würde ich ganz klar sagen da muss man auch unterschiede machen und ja wenn man wirklich merkt es geht einem wirklich zu nahe oder so dann sollte man vielleicht wirklich sich mal mit der person auseinandersetzen einfach mal fragen warum meinetwegen du bist so voll das arschloch du bist voll kacke und so dann einfach mal die person fragen warum was gefällt dir nicht an mir warum bin ich deiner meinung nach ein arschloch sowas hilft manchmal auch ganz gut weiter es ist entweder dass die person aus und sagen gar nichts mehr oder sie kommen dann rüber und mein jahr ist ja bloß spaß und so dann gucke ich jetzt eigentlich eine kiste da muss man dann einfach mal schauen und wenn es wirklich zu aufdringlich wird dann muss man sich echt mal überlegen ob man vielleicht versucht irgendwie in erfahrung zu bringen wo denn je nachdem wie alt die person gegenüber ist zum beispiel mit den eltern reden oder einfach mal die person persönlich versuchen aufzusuchen vielleicht auch nicht immer die günstige variante aber meine meinung dazu also mich würde mal interessieren was jeder so für vorschläge dazu hat und was euch da so schon mal so untergelaufen ist übergelaufen ist etc passiert ist und ich glaube hier nur schwachsinnig durch die gegend so machen wir mal kurz eine auszeit von dem thema und zwar habe ich vor ganz viel ärzte zu fahren und die dann sozusagen weiter zu verarbeiten und zwar gibt es da so ein schönes maschinchen das heißt pulverizer das verdoppelt sozusagen die erträge aus einem einzelnen ohr sozusagen mal kurz gucken pulverizer so da ist er was braucht denn der eigentlich alles ok inva elektrum cheer signadum cheer ok naja es gibt doch einige sachen hier ja das heißt wir brauchen auf jeden fall einiges an erze erst mal als grundvoraussetzung um irgendwas überhaupt bauen zu können und wir brauchen definitiv energie gibt es auch einiges und das erste die erste energiequelle wohl womit ich mich erst mal beschäftigen will das ist auch aus thermal expansion und da gibt es zum beispiel diese ähm wie heißen die denn steam steam die dinger hier genau steam dynamos und das müsste jetzt eigentlich einer sein genau der braucht water und solid fuel also sowas wie kohle oder holz irgendeinen brennstoff oder so das wird glaube ich der erste sein den ich mir bauen werde und dazu brauchen wir auch eine menge copper und redstone und zeug und lump ja es scheint so als müssen wir erstmal auf eine ordentliche mining tour gehen aber da habe ich eine idee und zwar ja würde ich sagen dass ich sowas wie extreme mining touren also wo ich wirklich nur im berg rum klopfe dass ich sowas einfach offscreen mach einfach nur offscreen ein bisschen erze farm und so weil es ja passiert ja meistens eh nichts interessantes und sobald man da mal ein bisschen vorrat hat und sobald dann ein bisschen was da ist um was zu bauen wird das auch wieder aufgenommen werden also wenn euch für euch das in ordnung ist für die die zuschauen äh schreibt es doch immer in die kommentare ob das in ordnung ist und du blödes huhn geh mal vor der tür weg und dann können wir das einfach mal so machen also das erste mal werde ich jetzt auf jeden fall definitiv offscreen mal farmen dass wir ein bisschen grundlage haben wie kohle und so und dann geht es weiter je nachdem wie ihr euch entschieden habt hm ich überlege grad ja ich glaube ich werde hier oben mal ein bisschen ey hier schaut es aus so viel Unkraut ich glaube wir brauchen irgendwas irgend so eine Art Unkrautjäter oder so wir könnten hier nämlich mal ein bisschen Flachland machen zack 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 es gibt so viel hier in dieser Mod was man bauen kann auch was Energie betrifft und Speichern und so da gibt es dieses ME Storage Dings und so das auch sehr interessant ist allerdings muss ich mich da wirklich mal mit auseinandersetzen weil das habe ich wirklich noch gar nicht benutzt da ist Thermal Expansion ist da schon eher was was mir bekannt ist sag ich jetzt mal wo ich mich ein bisschen besser mit auskenne deswegen habe ich das jetzt auch für den Anfang ausgewählt und die anderen Sachen da muss ich mich so reinarbeiten und ich hoffe dass die Leute die mir zuschauen mir hin und wieder auch Tipps geben können dazu wie man was machen kann wie was funktioniert oder so oder wenn ihr irgendwelche hilfreichen Kommentare dazu habt einfach drunter schreiben würde mich auf jeden Fall freuen und da geht das dann auch ein bisschen fixer weiter wie ich immer so ewig rumstehe oh hat das noch weg? schaut doch schon gut aus so und jetzt gehen wir mal doch mal nochmal kurz zu den Kühen gucken vielleicht können wir sie schon wieder ein bisschen mit Weizen mobben schaut gut aus ne schaut nicht gut aus oder schaut gut aus oder schaut nicht gut aus ja schaut gut aus machen wir gleich nochmal eine Kuh schön oh da ist Weizen Mö so der ist fertig der ist oh der war noch nicht fertig der ist noch nicht fertig so jetzt haben wir nochmal Samen 8 Stück Samen also Weizelsamen nicht das was manche von euch jetzt schon wieder denken so 2 hebe ich mir auf dann können wir hier mal noch ein bisschen die Hühner penetrieren mit den Samen ja guck mal hier ja du machst mit den Brillen Heini dann gibt es ein schlaues Hühnchen wunderschön wieder ordentlich Eier warte mal die können wir auch mal rein pfeffern oh da kam ein Hühnchen raus da kam ein Hühnchen raus das funktioniert also doch man braucht bloß ewig viele Hühnereier hm ok wir haben jetzt ein bisschen Holz das stört mich hier schon die ganze Zeit das muss jetzt mal weg hier das stört das Bild der Umgebung und außerdem brauchen wir ja auch irgendwo einen Platz wo wir mal hier unser Zeug aufbauen können dann wenn die Ressourcen sozusagen da sind dass wir mal ein bisschen anfangen können mit Energie und so und auch einen schönen Platz dafür haben gibt es hier eigentlich noch irgendwo eine größere Wasserquelle warte mal ich hab doch ich hab doch der Bad ich hab der Bad Man flieg so wir haben da Wasser wir haben da jede Menge Wasser wir haben da Wasser wir haben hier oh jetzt hat es ein bisschen geleckt da sind lauter Höhlen Eingänge ich glaub da werde ich mir einen zum Farm aussuchen mhm mhm ok ich glaub dann werde ich das eher in die Richtung da vorne bauen vielleicht hier hin hinter meine Farm wo wir direkt in der Nähe des Wassers sind hm Lageübersicht da ist mein Haus da ist die Farm da ist die Farm ich glaube hier vielleicht aber das ist so weit weg von meinem Zuhause das ist ein bisschen unpraktisch da muss ich immer ewig weit laufen andererseits jetzt ich machs da hin da würde ich sagen doch da ist gut dann werde ich vielleicht meine Kuhfarm oder so umplatzieren so gehen wir mal wieder hier machen wir mal wieder groß so ich glaub das ist ein ganz gutes Plätzchen dafür so halt erden wir mal die ganze die ganze Erde platt hier äh Dampfwalze oh oh da ist er nein doch doch die Ebene machen wir auch noch weg da 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 oh ich hab so Spaß auf Minecraft ich hab so Laune da jetzt voll ranzuklotzen und Zeug zu farmen und zu bauen und boah hab ich schon so lange nicht mehr gemacht und ich hoffe euch gefällt das natürlich auch wenn nicht könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben aber dann müsst ihr mir auch dazu schreiben ähm was ich denn ansonsten machen könnte also wir werden natürlich nicht nur konstant ein und dasselbe machen äh gibt ja noch so viele Mods die man erkunden kann Bienen und äh die die Magie das ganze Magie Zeugs und so wo ich mich recht selten damit befasst hab dann dieses Storage System und Atomkraftwerke kann man ausbauen und lauter so ein Zeug ich glaub das wird echt interessant so Hallo Muku und es wird schon wieder dunkel aber das ist super weil jetzt machen wir hier die Reihe noch weg dann gehen wir schön ins gemütliche Häuschen so das Ei nehmen wir mit das Ei muss mit so Tür zu ja Leute und wenn es euch gefallen hat lasst mir doch einfach einen Daumen oben würde mich wahnsinnig freuen und auch Gesprächsthemen oder ganz wichtig eure Meinung zu den aktuellen Gesprächsthemen und so was ihr davon haltet ob ihr schon mal solche Situationen hattet etc ich würde mich wahnsinnig darüber freuen wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt also auch wenn ihr mich nicht abonniert habt es macht gar nichts könnt ihr trotzdem tun und dann würde ich sagen Abos sind umsonst gibt es das Werbegeschenk könnt ihr mitnehmen bis zur nächsten Folge tschu haut da rein Vielen Dank.